Hi, ich bin Elisabeth und ich bin so etwas wie eine Prinzessin, aber ihr könnt mich einfach sie nennen. Ich wurde in einer fast königlichen Familie in England geboren und meine Eltern waren super reich. Ich hatte alles, was ich mir wünschen konnte. Naja, fast. Ich hatte keine Geschwister und ich wollte unbedingt welche haben. Einmal, als ich acht Jahre alt war, saß ich auf einer Schaukel im Park, als mich ein Kind schubste und ich in einer Schlampfütze landete. Hey, warum hast du das getan? Du bist auf einer Schaukel für große Kinder, du Loser. Geh und spiel auf der Kinderrutsche. Ich bin acht, du Idiot. Ich glaube, du bist ein Lügner. Ich stürmte auf ihn zu, aber mein Kindermädchen sah mich in diesem Moment und kam angerannt, um mich aufzuhalten. Und der Junge rannte lachend davon. Später in der Nacht weinte ich mich bei meinen Eltern aus. Wenn ich eine Schwester oder einen Bruder hätte, würde sich niemand mit mir anlegen. Wir wären so ein tolles Team. Wir würden allen in den Hintern treten. Einzelkind zu sein, ist echt doof. Nur ein paar Tage später bekam ich die beste Nachricht aller Zeiten. Ich bekam einen Bruder. Wahnsinn! Endlich muss ich nicht mehr mit denen spielen. Ich bekomme einen kleinen Bruder. Yay! Großer Bruder, mein Schatz. Wir adoptieren einen Jungen aus dem Waisenhaus, den wir sehr mögen. Und er ist ein Jahr älter als du. Umso besser. Aber Shane war ein sehr stilles Kind und hat anfangs nicht viel geredet. Bis ich mich eines Nachts in sein Zimmer schlich. Aber kaum war ich drin, sprang er auf mich zu. Was willst du? Warum bist du hier? Ähm, ich bin nur gekommen, um ein paar Spielsachen mit dir zu teilen. Er stand sofort auf und reichte mir die Hand. Tut mir leid, ich dachte nur, was? Du hast all diese Spielsachen für mich gekauft? Yeah! Wir sind jetzt Geschwister und du kannst auch mit meinen Puppen spielen. Plötzlich lächelte er breit. Mama hatte recht mit dir. Du bist wirklich nett, Elisabeth. Oh sorry, sie. Du bist nämlich zu hübsch, um Elisabeth genannt zu werden. Wir haben uns schnell angefreundet und waren im Handumdrehen unzertrennlich. Und ich habe dafür gesorgt, dass er sich in seiner neuen Familie nie ausgeschlossen fühlte. Mach deine Augen noch nicht auf. Ich habe eine große Überraschung für dich. Oh wow, ein Welpe! Wir nannten den Welpen Cäsar und Shane mochte ihn so sehr, dass er ihn sogar in seinem Bett schlafen ließ. Ich liebte Shane, aber manchmal benahm er sich wirklich seltsam. Einmal, als er elf Jahre alt war, wurde Shane so richtig krank und musste im Bett bleiben. Aber einige Zeit später sah ich, wie er einem Bediensteten hinterherlief und ihn zu Boden stieß. Du Dieb, wie kannst du es wagen, mir meinen Cäsar wegzunehmen? Shane, lass ihn los! Ich zog ihn weg und der Diener rannte um sein Leben. See, er hat versucht zu stehlen. Nein, wovon redest du? Ich habe ihn gebeten, mit Cäsar spazieren zu gehen, weil du krank warst. Shane sah sehr verlegen aus und rannte wieder hinein. Später in der Nacht ging ich in sein Zimmer, um ihn zu fragen, warum er sich so benommen hatte. Weil Cäsar etwas Besonderes ist, sie. Du hast ihn mir geschenkt und ich will nie wieder etwas verlieren, was mir nahe steht. Nie wieder. Wie meinst du das? Es ist nur so, dass ich niemandem vertrauen kann und ich will nicht darüber reden. Nun, das war seltsam. Und wenn er nicht darüber reden wollte, wollte ich ihn auch nicht zwingen. Shane war sehr besitzergreifend, wenn es um die Dinge ging, die er liebte. Aber abgesehen davon lief es gut zwischen uns und wir kamen uns im Laufe der Jahre immer näher. Eines Tages, als ich in der 10. Klasse war, stellte der Lehrer der Klasse einen neuen Jungen vor. Jai. Ein wirklich gut aussehender Inder, der aussah, als käme er gerade aus einem Bollywood-Film. Während des Unterrichts kam er zu mir und setzte sich direkt neben mich und ich ertappte ihn dabei, wie er mir heimliche Blicke zuwarf. Aber er sagte kein einziges Wort, bis die Stunde zu Ende war und er endlich sprach. Ähm, hi. Wie du weißt, bin ich neu hier. Macht es dir etwas aus, mich in der Schule herumzuführen und mir vielleicht dabei zu helfen, alles aufzuholen, was ich verpasst habe? Nun, normalerweise bin ich sehr beschäftigt, aber heute ist dein Glückstag. Also klar, komm mit mir. Ich nahm seine Hand und während ich ihn durch die Schule führte, redeten und lachten wir beide viel. Als wir den Hinterhof erreichten, sah er kleine Welpen und holte sofort etwas Futter aus seiner Tasche, um sie zu füttern. Und das brachte mein Herz zum Schmelzen. Er war so nett und wir verstanden uns auf Anhieb. Innerhalb einer Woche wurde Jai durch seinen Kleidungsstil und sein attraktives Aussehen sehr beliebt. Er trägt heute Armani-Jeans. Ich habe mich gestern in die Umkleidekabine geschlichen. Die Bauchmuskeln unter dem Macken-Hoodie sind auch toll. Diese dummen Mädchen haben wie verrückt nach ihm gelächzt, aber ich wollte nicht, dass sie ihn haben. Also habe ich ihn gefragt, ob er mit mir in die Bibliothek gehen will zum Lernen und er war einverstanden. Mein Plan ging auf, denn es tauchten keine heißen Mädchen in der Bibliothek auf. Im Laufe der Tage kamen wir uns immer näher, wenn wir Zeit miteinander verbrachten und ich verliebte mich tatsächlich in ihn. Und nach der Art zu urteilen, wie er mich ansah, vielleicht verliebte er sich auch in mich. Eines Abends, als ich nach Hause kam, überraschte mich Shane mit seiner Frage, Also, wer ist der Typ? Er ist neu. Bitte, woher wusstest du das? Du kannst nicht aufhören zu lächeln und ich bin dein Bruder. Ich weiß alles. Jetzt spuck's aus. Ich erzählte Shane von Jai und er schien ihn unbedingt kennenlernen zu wollen. Da Shane in der letzten Klasse war, lernte er in einem anderen Block, sodass sie sich in der Schule noch nie getroffen haben. Ich plante einen Filmabend für uns drei und ich wusste, dass Shane Jai lieben würde. Aber stattdessen bekam ich den Schock meines Lebens. Hey Jai, hier sind Shane und Jai. Shane? Plötzlich erstaunten Jane und Jai wie Statuen und starrten sich gegenseitig an. Ihr beide kennt euch bereits? Du Dieb, was machst du mit meiner Schwester? Versuchst du sie auch zu stehlen? Shane, was sagst du denn da? Er ist ein Dieb, sieh. Er hat meinem Vater im Waisenhaus die goldene Uhr gestohlen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe nichts gestohlen. Das ist doch verrückt, Mann. Shane wurde rot und versuchte Jai anzugreifen. Ich habe versucht, ihn zu stoppen, aber er hat nicht auf mich gehört. Also habe ich ihn geschubst und Jai mitgenommen. Meine Güte, was war mit Jane los? Später erklärte mir Jai, dass er und Shane vor langer Zeit im Waisenhaus wirklich gute Freunde waren. Aber dann war Shanes Uhr verschwunden und er war überzeugt, dass Jai sie gestohlen hatte. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass ich es nicht war. Aber er wollte mir nicht glauben. Er machte mir das Leben im Waisenhaus zur Hölle. Aber zum Glück wurde ich bald darauf von einem Millionär adoptiert. Nun, das klang wirklich nach Shane. Er war so seltsam mit seinen Sachen. Aber er war mein Bruder. Später an diesem Abend wollte ich mit ihm über Jai reden. Aber anstatt mir zuzuhören, wurde er nur wütend. Warum stellst du dich auf seine Seite? Glaubst du mir etwa nicht? Er hat die Uhr meines Vaters gestohlen. Die einzige Erinnerung, die ich an meine richtige Familie hatte. Er ist ein böser Mensch, sieh. Halte dich von ihm fern. Aber Shane sagte, er hat deine Uhr nicht gestohlen. Und du glaubst ihm sieh? Du warst doch nicht dabei. Keiner hat mir damals geglaubt. Und jetzt wirst du es auch nicht tun. Du bist genau wie die anderen. Und damit hat er mich aus dem Zimmer geworfen. Ich konnte nicht wirklich glauben, dass Jai ein Dieb war. Aber die Art und Weise, wie Shane so hartnäckig damit umging, machte mich ein wenig misstrauisch. Also beschloss ich, Jai ein wenig auszuspionieren. Am nächsten Tag nach der Schule sah ich Jai weggehen und beschloss, ihm zu folgen. Aber er ging in eine alte Gasse hinter der Schule und fuhr mit einem rostigen Fahrrad davon. Mit einem rostigen Fahrradfahren, obwohl er sagte, er sei reich? Irgendwas war wirklich faul. Ich folgte ihm in meinem Auto und er parkte vor einem von Mamas Restaurants und ging hinein. Aber Minuten später kam er in einer Kellneruniform wieder heraus. Und jetzt war ich mir hundertprozentig sicher, er war arm und hatte die ganze Zeit über gelogen. Aber warum? Aber dann hörte ich plötzlich, wie der Manager des Restaurants ihn anschrie. Das ist also der richtige Zeitpunkt zu kommen? Warum kommst du nicht einfach, wenn alle Kunden weg sind? Du bist gefeiert! Nein, bitte, tun Sie das nicht. Ich brauche wirklich das Geld. Meine Mutter ist krank und ich muss ihr Medizin besorgen. Ich darf diesen Job nicht verlieren. Bitte! Oh Gott, er hat so hart für seine Familie gearbeitet. So ein Typ kann doch kein Dieb sein. Aber der Manager hörte nicht darauf und ließ ihn gehen. Und obwohl ich wütend auf ihn war, weil er mir die Wahrheit verheimlicht hatte, beschloss ich, dass ich ihm helfen musste. Nachdem Jai gegangen war, ging ich hinein und bat den Manager, ihn wieder einzustellen. Ach wirklich? Für wen hältst du dich, dass du mir das sagst, kleines Mädchen? Der Besitzer des Restaurants, denke ich. Und stellen Sie sicher, dass Sie ihm eine Gehaltserhöhung geben, sonst werden Sie gefeuert. Als Jai am nächsten Tag in die Schule kam, sah er sehr glücklich aus. Und ich wusste, dass der Manager meine Warnung ernst genommen hatte. Aber jetzt beschloss ich, Jais Lügen mitzuspielen, bis er sich wohl genug fühlte, um mir die Wahrheit zu sagen. Bis dahin versuchte ich, ihm auf jede erdenkliche Weise zu helfen, ohne es zu offensichtlich zu machen. Kurz darauf war mein 17. Geburtstag, als Shane um Mitternacht in mein Zimmer kam und mir einen Kuss auf die Stirn drückte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schwesterherz! Oh Shane, vielen, vielen Dank! Und wo ist jetzt mein Geschenk? Damit musst du bis zum Abend warten. Meine Eltern haben am Abend eine große Party für mich geschmissen. Alle Kinder aus der Schule waren eingeladen. Und ich war am glücklichsten, als Jai mir ein wunderschönes indisches Kleid schenkte. Es ist wunderschön! Das werde ich auf jeden Fall zu der Party heute Abend tragen. Auf der Party haben alle nur mich und Jai angestarrt, als wir uns auf der Tanzfläche die Seele aus dem Leib getanzt haben. Doch dann ging plötzlich die Musik aus und ich hörte Shanes Stimme. Achtung an alle! Sieh! Hier ist das beste Geschenk, das ein Bruder seiner Schwester machen kann. Die Demaskierung der falschen Leute in deinem Leben, um dich zu beschützen. Falsche Leute? Könnte er von Jai sprechen? Plötzlich gingen alle Lichter aus und die große Leinwand war mit Jais Bildern gefüllt. An alle! Ich präsentiere euch einen Lügner! Einen Betrüger! Einen Dieb! Bitte klatscht für Jai! Er fährt mit einem kaputten Fahrrad zur Schule, aber erzählt allen, es sei eine Limousine. Er wohnt in einem kleinen Haus mit seiner armen Mutter, erzählt aber allen, es sei eine Villa. Alle fingen an zu murmeln und starrten Jai an und er ließ einfach meine Hand fallen und rannte nach draußen. Und ich war so verdammt wütend, dass sich Jain einfach ins Gesicht schlug. Du bist der Schlimmste, Shane! Was? Aber er hat dich doch angelogen. Ich wusste es schon. Ich wusste, dass er arm ist, aber das macht mir nichts aus und das macht ihn nicht zu einem Betrüger oder Dieb, Shane. Es ist kein Verbrechen, arm zu sein. Und du bist völlig verrückt. Shane, ich weiß nicht, was mit dir los ist, mein Sohn. Ich schäme mich für das, was du gerade getan hast. Warum glaubt mir nie jemand? Jai hat gelogen und niemand glaubt mir. Er hat vorher gelogen und er lügt auch jetzt. Er ist ein Dieb. Ein Dieb, hört ihr mich? Das reicht jetzt! Mama und Papa nahmen ihn beiseite und ich rannte Jai hinterher, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Aber er war schon weg und nahm nicht einmal meine Anrufe entgegen. Als ich am nächsten Tag in die Schule kam, sah ich, dass sein Spind mit schrecklichen Namen bemalt war und alle seine Sachen auf dem Boden lagen, völlig verwüstet. Ich suchte überall nach ihm und fand ihn schließlich auf dem Hinterhof sitzen. Ganz traurig. Jai, bist du okay? Es tut mir wirklich leid, was Shane... Warte, warum tut es dir leid, sie? Du bist nicht sauer, weil ich dich angelogen habe? Am Anfang war ich es, aber dann habe ich mir gedacht, dass du deine Gründe haben musst. Am Anfang? Wie meinst du das? Ich habe es vor langer Zeit herausgefunden. Aber hör zu, ob du reich oder arm bist, hat für mich nie eine Rolle gespielt. Du bist ein guter Mensch und das ist alles, was zählt, Jai. Tränen fielen aus seinen Augen und er umarmte mich einfach. Aber später an diesem Tag, als ich nach Hause kam, war etwas Schreckliches passiert. Shane hatte das Haus verlassen und Mama und Dad sagten mir, dass er nie wieder zurückkommen würde. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber nichts hat funktioniert. Und das brach mir das Herz. Wie konnte er einfach so gehen? Tagelang hatte ich keine Lust, irgendetwas zu tun. Also blieb ich einfach in meinem Zimmer und sah mir ein paar tolle Filme an und stellte fest, dass ich nicht die Einzige war, die einen verrückten Bruder hatte. Aber dann kam Jai eines Tages zu mir nach Hause und munterte mich auf. Er ging mit mir spazieren und blieb oft bei mir zu Hause, um zu lernen. Wie kannst du dir all diese Magenklamotten leisten? Oh, das sind alles Fälschungen und Sachen aus Second-Hand-Läden, die mir meine Mutter besorgt hat. Es geht nur darum, sie mit Selbstvertrauen zu tragen. Wie hat deine Mutter dich adoptiert, wenn sie nicht so wohlhabend war? Oh, sie ist meine leibliche Mutter. Sie ist wegen mir zurückgekommen. Aber warum hast du gelogen, dass du reich bist? Er hielt eine Sekunde inne. Seit ich ein Kind war, haben mich alle gehänselt, weil ich arm war. Aber als ich dank des Stipendiums auf eine teure Schule kam, wollte ich einfach nicht, dass jemand auf mich herabschaut. Ich habe es verdient, dort zu sein. Nun, ich schätze, die meisten Kinder an seiner Stelle hätten das Gleiche getan. Die Wochen vergingen und eines Tages bestand ich darauf, Jais Wohnung zu sehen. Zuerst zögerte er und sagte, er sei nicht schick genug für mich, aber ich habe ihn immer wieder genervt, bis er mich mitnahm. Ich werde dir etwas zu trinken holen, mach es dir bequem. Als er ging, sah ich auf einem Regal ein Bild von ihm als Kind. So niedlich. Ich nahm den Rahmen in die Hand, um es mir genauer anzusehen. Und in diesem Moment bemerkte ich etwas, das halb in Geschenkpapier eingewickelt war. War es etwas für mich? Aber als ich sah, was es war, war ich verblüfft. Es war eine goldene Uhr mit der gleichen Aufschrift auf der Rückseite, die Shane auf der Uhr seines Vaters hatte. Oh mein Gott, das war die Uhr von Shanes Vater. In diesem Moment kam Jai herein und als er die Uhr in meiner Hand sah, ließ er das Tablett fallen, das er in der Hand hielt. Das ist die Uhr von Shanes Vater. Die, von der er sagt, dass du sie gestohlen hast, richtig? Ja, ja, das ist sie. Aber ich kann es erklären, sie. Was erklären, Jai? Willst du mir immer noch erzählen, dass du sie nicht gestohlen hast? Das habe ich, okay. Ich habe sie gestohlen. Shane hat im Waisenhaus immer mit der Uhr seines Vaters geprahlt. Aber im Gegensatz zu ihm habe ich meinen Vater nie getroffen und ich war einfach neidisch, dass er so etwas Schönes hatte und ich nicht. Also habe ich sie gestohlen. Aber ich war damals noch ein Kind, sie. Ich fühlte mich später schrecklich. Oh mein Gott, Shane hatte recht. Die ganze Zeit. Aber so wie Shane sich verhält, ist es nicht seine Schuld. Nachdem ich seine Uhr gestohlen hatte und ihm niemand glaubte, versteckten die Jungs im Waisenhaus oft seine Sachen und wenn Shane sich darüber beschwerte, legten sie sie wieder an ihren Platz und ließen ihn wie einen Vollidioten aussehen. Oh mein Gott, er hat so viel durchgemacht und ich habe ihm nicht geglaubt. Ich war so eine furchtbare Schwester. Es tut mir so leid, sie. Ich konnte nicht zugeben, dass ich es gestohlen hatte, weil ich wusste, dass du mir nie verzeihen würdest. Ich habe mich so mies gefühlt, dass ich die Uhr einpacken wollte, um sie Shane anonym zu schicken. Warte, sie an Shane schicken? Du weißt also, wo er ist? Er sagte mir, dass er Shane schon eine Weile sucht und endlich seine Adresse gefunden hat. Ich machte mich sofort auf den Weg zu dieser Adresse und als ich Shane endlich sah, rannte ich einfach los und umarmte ihn. Shane! Oh Gott! Es tut mir so leid. Jai hat zugegeben, dass er deine Uhr gestohlen hat und ich schäme mich so, dass ich dir nie geglaubt habe. Ich habe dich geoffert. Ich war eine furchtbare Schwester. Bitte verzeih mir. Sie! Hey! Hey! Ist ja gut! Beruhige dich! Ich vergebe dir, okay? Beruhige dich! Er hat mich beruhigt und dann sind wir spazieren gegangen. Es hat mich verletzt, dass du mir nicht vertraust, aber ich weiß, dass ich mich manchmal verrückt benommen und dir das Leben schwer gemacht habe. Und Jai, auf diese Weise bloßzustellen, das war falsch. Erwähne ihn nicht, er ist ein Idiot. Aber hey, ich habe etwas für dich. Oh mein Gott! Das ist, das ist die Uhr von meinem Vater. Jai hatte sie die ganze Zeit über? Ja, er hat gesagt, er könnte sie nie verkaufen. Ich habe ihm alles erzählt und er hat mich einfach umarmt. Ich flehte ihn an, wieder nach Hause zu kommen. Und das tat er. Dann, ein paar Wochen später, beim Weihnachtsessen, kam Shane ins Esszimmer, zusammen mit Jai. Was macht er denn hier? Er kam zu mir, entschuldigte sich und weigerte sich zu gehen, bis ich ihm verziehen hatte, was ich schließlich tat. Es wird Zeit, dass du ihm auch vergibst, Sie. Es tut mir leid, Sie. Ich habe die Wahrheit von dir verborgen, aber nur, weil ich Angst hatte, dich zu verlieren. Kannst du mir bitte verzeihen und mir noch eine Chance geben? Wenn es Jane kann, kann ich das wohl auch. Und du versprichst mir, nichts mehr zu verheimlichen? Ich verspreche es.